Hallo zusammen, ich bin Samuel Giger, ich bin 23, ich bin Schwinger. Wir sind heute hier in Bangrachan in Zweifelde, um Kraft- und Kondition zu trainieren. Ich würde mich gerne bei meinem ganzen Umfeld bedanken, was euch die ganze Zeit für mich leistet. Darüber bin ich wirklich sehr dankbar, für die reise Unterstützung, die ich dort erfahren durfte. Ein herzliches Dankeschön an alle miteinander. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.